Sind wir daran gelassen, dass wir den Rückstand noch gewinnen können und trotzdem ein 4. Goal gekassiert haben? Inwiefern habt ihr noch im Bauch oder eine Trinkflasche gespürt, dass so etwas möglich ist heute? Ja, am Schluss nur noch zu hoffen und hoffentlich kehrt sie dann rein. Und ja, zum Glück sind wir noch zurückgekommen und dann sind die Schüsse vor der Kelle gekommen, vor dem Goal. Und dann haben wir den Abstauber reingestellt. Sie selber mussten heute auch zuerst mal den Kastowicz gehen, der hat eigentlich super gehalten oder eingewechselt worden. Die Zeit ist dann nicht so gut gelaufen, also alles gut war heute ja noch nicht. Weil es ist jetzt ein bisschen das wahre Gesicht von Genf. Was muss man mit der Nazi-Polz-Frau anschauen, dass man wieder auf der Volksstrasse regelmässig zurückkommt? Ja, ich denke, das ist jetzt mal positiv. Dass wir überhaupt nicht gut gespielt haben im ersten Drittel. Dann kamen wir ganz schnell das Goal. Und dann haben wir den Tritt gefunden. Und ja, wie gesagt, wir können ein bisschen mehr Druck machen. Und ja, sie sind zurückgekommen. Aber natürlich ist das sehr gut für uns. Jetzt mental ist das etwas enormes Wichtiges. Und ja, jetzt müssen wir darauf aufbauen. Natürlich sind wir am Strich zusammen. Und die Saison ist noch lange. Und so etwas wird uns sicher ein bisschen helfen.